Gut. Vorsicht. Naja, das ist eine typische Dufahrenstelle. So, und jetzt sind wir nämlich hier dort, wo gerade der Zombie war. Und da ist ein Creeper. Moment, nicht bewegen. Ach toll, jetzt bewegt er sich. So. Geht's hier oben weiter? Ah, ich glaube, da geht's auch da runter, oder? Gehen wir erstmal hier lang? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, hier kommen wir dann wieder zur selben Stelle, als wenn wir da links gehen. Dass wir dann hier wieder dicht machen. Ach, scheiße, ich bin von der Gefahr. Komm lieber da weg. Da müssen wir uns merken, auf der anderen Seite von der Flucht ist ein Stilett. Dann machen wir hier einfach dicht. Ja. So. Glaubst du, ein Zombie, da brauchen wir unsere Pfeile nicht verschwenden für den eigentlich, oder? Ja, stimmt. Ich wollte ihn bloß, dass er in Sicherheit bleibt, dass wir in Sicherheit bleiben müssen. Dass er in Sicherheit bleibt. Oh, Enderman. Oh, ich höre ihn noch, ich weiß nicht. Genau, dass er... Oh, ich hasse das. So, dann gucken wir mal hier drüber, ob ich abbauen kann. Jo. Du bist der Kohlemähen wahrscheinlich und ich der Eisenmähen. Ja, so wird's heute ungefähr abgelaufen. Jo. Jo, Mann. So. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind im Kreis gelatscht. Cool. Ja. Wieder eine Abkürzung. Sehr gut. Hier, wenn du hier geradeaus gehst, dann hast du doch hier unsere drei Fackeln. Stimmt. Die haben wir uns hochgebaut. Wir sind wieder hochgelaufen. Das ist cool, da wissen wir ungefähr, wo wir sind. Da verloben wir uns heute noch nicht so. Ja, finde ich auch gut so. Ja. Oh, jetzt gibt es das. Deswegen. Also die beiden Zombies, die sind auf der anderen Seite von der Schlucht. Also die können uns jetzt gerade nicht. So, da können wir hier auch drei Fackeln setzen. Da wissen wir hier, dass wir hier auch wegkommen. Hinter dir ist übrigens der Enderman. Und er hier. Und ich wurde beschossen. Ja, ich sehe ihn auch. Böse. Kommst du jetzt, oder? Aua, jetzt wurde ich beschossen. So. Da war er weg. Also hier unten ist noch ein Gefahrenherd. Den ist noch auszumerzen gilt. Aber wir erst mal mit ein bisschen Licht. Ja, ja. Warte. Ja, ich mach's schon. So. Da wäre nämlich ein Kriber klein. Da ist nichts. Das ist das Skelett, was jetzt leitet. Oha, wie sieht denn das mich? Ich will sie nicht. Ich hab's voll drauf gezogen. Creeper? Creeper. Jeder Mausi. So. Fackeln, nach ich wieder keine? Kacke. Kacke. Warte, ich hab welche? Ich hab keine Kohle. Ja, warte, ich hab noch einen. Na, mach, mach. Mach doch schnell hier oben. Mal gucken. Ich mach mal schnell hier oben. Mal gucken. Na, jetzt können wir das dann hier nämlich wieder. Creeper, 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 creeper. Also hier unten scheint. Was aufs Gold schön gesetzt. So, das ist jetzt ausgeleuchtet. Also können wir das dann auch gleich dicht machen. Jo. Hier ist nichts noch. Na, warte. Nee, hier hinten nicht. Hier ist bloß noch Eisen. Jo. Können wir die Fackeln wieder mitnehmen. Habe ich wieder welche? Wohl hier oben? Hier oben ist was? Ah, nie viel. Also hier geht's dann wieder runter. Ja. Hier waren wir aber, glaube ich, noch nie. Aber das sieht auch nie so aus, als würde man hier hin müssen, weil da gleich Lava drunter ist. Nee, dann bleib mal. Nein, ich krieg ein bisschen Kohle. So. Kann ich gleich ein paar Fackeln bauen? Aber es muss so eine Art Toleranzschwelle geben, wie lange man den angucken darf, oder? Eigentlich nie, aber... Na, weil ich bin jetzt schon manchmal so tot in die Augen, Mann. Ich hab doch grad Kohle eingesammelt. Ist die Kohle jetzt weg? Ja. Sauscheiße. Deswegen... Ach nee, hier ist sie. So, 40 Fackeln erstmal. 9 Stickies noch übrig. Sehr schön. Gut. Na, da können wir die Fackeln ja hier wieder mitnehmen und hier dicht machen. Jo. Jetzt mussten wir hier runter und erstmal hier dicht machen. Nee, hier kannst du auch den dicht machen. Wir brauchen hier nicht... Ach so. Ach so, hier auch, ja. Hab ich noch, ja. So. Da dicht und da ist dicht. Eigentlich alles hier, oder? Ja. So. Eigentlich Quark. Quark mit Quark. Enderman? Das ist das, was du vorhin dicht gemacht hast. So. Das ist dicht. Hier unten kannst du auch dicht machen, oder? Oder war man hier unten noch nie? Nee, dort nach links steht's. Ich würde hier einfach die Brücke wegreißen. Ja, klar. Oder wo der Enderman steht, dann wurde ich mehr, oder? Nö. Ich bin natürlich hier runtergelogen. Ach, das ist... Hä? Hier ist... Das ist doch dort, wo du gerade dicht gemacht hast, glaube ich. Hätte ich jetzt so gedacht. Warum bin ich jetzt auf der Seite? Noch hier. Ach, das geht bloß nach oben hier. So. Boah, dann können wir hier, äh... Auch hier dicht machen. Interessiert, keine Sau hier die Ecke. So. Gut. Dann geht's zum Ausgang. Da oben waren wir jetzt schon... Ja, da oben waren wir schon. Hier ist noch ein bisschen was. Oh, hier ist viel Kohle. Die hole ich mir. Meinsen. Jetzt siehst du Eisen und ich Kohle. Ja. So, das war jetzt die erste Schaufel, die in Metapoditon ist. Oh ja. Ich hab gar kaum... Ich hab bloß meine ähnliche Schaufel, aber die ist noch fast voll. Ach so. Ja. Und dann hätten wir doch eigentlich den ganzen Sektor soweit erstmal dicht. Den hier würde ich schon behaupten, ja. Also die Seite ist somit erledigt. Aber hier geht's wieder hoch. Ich geh mal hier da runter. Was ist da unten hier so rechts? Ach, hier waren wir auch schon. Ja, hier sind wir wieder hoch. Da kommt aber ein Zombie auf uns zu. Oh. Ja, ich hab's. So, jetzt hast du... Das ist auch runtergefallen, oder? Hä, wo kommen die ganzen Zombies auf jeden Fall her? Naja. Irgendwas ist ja immer, ne? So. Jetzt hab ich das noch eines damit. Hier hab ich ein bisschen Licht machen, ne? Hier unten. Da wollen wir jetzt hier runter gehen? Da haben wir doch noch nie, oder? Nö. Nö, ich frag ja bloß. Ja, ich stech dir unten mal so nie. Jetzt haben wir eine Absprache, haben wir nicht da? Da ganz unten waren wir, glaube ich. Also ist ja aber nimmer viel. Also kann mir keiner zählen. Nö. Da unten ist ein bisschen Eisen. Sagt das hier mal dicht machen, das Ding? Oder... Wasser? Nö. So. Ja gut, so viel ist das unten, aber... Immer Whetstone. Hm. Da hinten ist ein bisschen Eisen. Weiß nie. Lohnt sich eigentlich nicht. Hier oben ist ja schon was zugebaut. Machen wir das? Ja. Ja, das kann sein, das ist das zugebaut. Hab wir ihn runterfallen oder sonst sowas. Nö. Die Seite ist erst mal schön. Ja. Erst mal schick hier. Da könnten wir jetzt ja... Wir haben jetzt ja erstmal die eine Hälfte gemacht. Genau. Und ein anderes Mal die andere. Genau. Und dann machen wir jetzt... Ziehen wir uns jetzt erstmal in unser Lager zurück. Ja. Bin ich jetzt richtig gelogen? Ja, hier, nee, hier lang. Achso. Hier geht's hoch. Ich nehm dennoch mal das Schwert. In Sicherheit wegen will ich mich hier noch nie. Nö. Änder Männer sind mehr geworden, würde ich mal behaupten wollen. Ja, die waren früher eher selten in der Höhle, oder? Hä? Was ist denn hier passiert? Ach, da. Ja, hier nach links. Ja. Das war dein Fehler. Mein Fehler. Ja, stimmt. So. Dann haben wir schnell hier rüber gerannt. Oh, da drüben sitzt er schon wieder. Wer sitzt da? Können wir ja froh sein, dass der Enderman unsere Falten oder sowas nicht wegnehmt war. Ja. Hier war eine Höhle, da unten. Waren wir hier unten links? Da können wir noch hingehen, oder? Da gehen wir noch hin. Und dann geht's hier wieder hoch. Und dann geht's hier wieder hoch. Und dann geht's hier wieder hoch. Jojo, weiter. Hast du nicht? Äh? Warte. Eins. Ja, creepy hoch. Äh, die sind bitte weg. Oh, gut. Da haben sie in Luft aufgelöst. Ich hab's bloß um was schnallen gehört, aber... So. Hier können wir erstmal ein bisschen was abbauen. Ja, hier scheint noch mal kurz was zu sein. Aber ich muss auch sagen, Kohle ist weniger geworden. Ja. Oder? Kann schon sein. Können Sie mal sehen, was wir früher an Kohle hatten teilweise? Schon wieder ein Creeper. Mistbotte. Ja, natürlich treffe ich. Oh, hatte ich jetzt Glück. Piu. So, jetzt kann ich ein bisschen aufpassen. Ja, pass mal hier auf. Genau, du bist schon richtig in der Stelle. Ich baue hier ab. Und leuchte mal aus. Ja. So, hier müssen wir aufpassen. Hier bauen wir euch mir mal wieder meine Dreierkonstellation. Dass wir hier lang müssen. Vorsicht. Aha. Wir müssen heute wieder... Vorsicht. Oh. Der hat aber auch wieder Peter erledigt. Zieh mir eine fette Ecke. Ah, ne, hier geht's schon wieder rund. Guck mal kurz hier rüber. Da ist auch nicht so... Brauchst du das? Ja. Spillett. Spillett. Ja, haben wir. Hier unten ist, glaube ich, jetzt auch nicht so die Welt. Äh, hier ist nochmal Eisen schön. Ja. Ich meine, bloß auf der anderen Seite über die Lava brauche ich jetzt nicht viel. So, ich baue mal hier ab. Aha. Ich baue hier ab. Und dann ist Schluss da, oder was? Ne, ich weiß nicht. Wollte was tun. Ob der nicht hinterherkommt. Oh, ja. Ach, nee. Äh, ja. Ich würde sagen, das ist Mine. Aber die lassen wir hier an der Stelle sein, würde ich sagen. Da hat man oben aber noch einen Eingang. Ja, ja, eben. Das würde ich jetzt echt nie machen wollen. Ne. Ich will bloß probieren, hätte ich hole, die wir noch trieben können. Würde ich probieren, zu trieben. Okay. Oh, hier ist noch Eisen. Kann man hier auch noch mitnehmen. Und dann haben wir das auch erledigt. Wieder was von der Lebensliste abgehakt. Öle und Eisen farmen. So. Machen wir das auch zu, ja? Ja, ja. Was wir nie brauchen, kommt weg. Da können wir auch hier zu machen, eigentlich, das Ding. Oh. So. Na ja, das passt schon. Jo. Nehmen wir das hier. Ich gehe. Geheiz. Wieder zurück. Da können wir hier so einen Stapel hinmachen, dass wir hier nochmal rein müssen. Ja. Ja, den wollte ich eigentlich hier entsetzen. Hier geht nämlich dann runter in die Mine. Ich brauche auch keinen Koppel. Doch, hier. Kies. Na ja. Wo? Hier geht's dann runter. Ah ja, das ist dann fürs nächste Mal, genau. Und wir kamen jetzt hier hoch, von hier oben. Meinst du? Ne, rechts sind die falschen. Hier sind die treffe Hörbe. Ja, genau.